und was im Grunde ist um Hallo und zurück bei Minecraft ein Video und Jochua nächste bestimmt mit Jochua und beschlossen Zeitlich halt immer so begrenzt werden und wir sind immer noch Fett am Höhle erforschen und zu Höhle erforschen und zwar ein bisschen Klicken macht aber nichts das ist Robo und Zombie Robo und Zombies und Skelett und hast du nicht gesehen nicht mehr dass man in den Teilen vor jetzt kannst du packen 8 und schon auf die Uhr genau wer hat an der Uhr kippt ist es möglich statt zu spielen denn es die spüren points kommen gerade nur so angeflutscht wenn ich es nicht gerade bist wir gehen da draußen ich bin wirklich nicht gerne drin durch jetzt hier mal klarstellen so du ich werde jetzt mich wieder zurückgegeben wollen eben begonnen da wir kamen hier ist eine cobblestone Treppe und ich bin wieder beim anfang so alles begann ich habe es drauf in den Kühlmann ich kriege nie einen umgelegt explodieren immer so schnell sind viel anfällig geworden seit der 1.0 A auch so ich habe das Texte weg wieder rausgenommen zweiter nach noch was ist es ein weiterentwickelt weil jetzt die Weihnachtseite umschneiden gut sehen so wir sind bei uns jetzt nicht vielleicht bei anderen Personen Bayern oder so oder schneiden ich nehme mal das wichtigste mit so eine Angel Morkum annehmen in der Zeitung es kann in der Kiste oder was ja ein Volk gefüllt als andere Sachen ich brauche ich gehe wieder runter wenn ich wüsste wo es runtergeht hatten wir schon mal wir tun mal wichtig nach der 1 also ich konnte es erst mal hier neben das fertig wo nicht mal wieder rausgehen weil ich habe es nicht guckt oder was war es bei YouTube da geschrieben wurde und hat mir gefragt ob wir rausgehen sollen dann haben wir jetzt noch mal wenn wir rausgehen dann sollen wir nicht rausgehen wir bleiben jetzt noch drin gehen nächsten raus also je nachdem was die wer ob jemand antwortet wenn jemand antwortet wird ganz parteiisch entschieden 2 zu 1 je nachdem oder 3 zu 0 so es ist nicht auf Hacke Stünder Ender-Mann-Warten-Ton-Denemich macht was machen kann die die erledigt jeder weg erledigt zu sagen darf so und erledigt das ist nicht der Ort und die wirkte ist ja um ich zähle wollte mich mal schnell zum tippen hier ist keine karte die karte ist da wo ist mein inventar da drüben und die auch in den spälen liegt in der beise ist nichts durchsichtig die kleinen kam er gut habe ich alles eingesammelt warum eine fünf diamanten und alles größer macht das Bett von meinem Leben ich bin im Klaten bisschen alt im Sonnenspiel Paul wieder ein Schwert in meinem Inventar hier draußen an auf die auf die so um du brauchst mich erhältlich immer ab dem was er gerade geholt so vor das ist immer klar am Ende für den Konzern Julien zum Spinnen Sporn hat drüber garantiert die Rieser uns wollen wir es nicht sehen und zwar nicht sehen von mir ich habe von außen rum war ein alles mal gebracht ja auch um sich zu graben der Fortschritt ist kaum mehr ein paar in der Zeit also ich denke mal dass es mit dem Teleportieren schon okay ist wenn uns dann wieder in die Höhle Teleportieren weiß wie auch immer keiner sehen endlos lange da rumrennen Arsch bin Niedel ich bin jetzt wieder umlegt Flachdorfer ich glaube ich bin ich glaube ich bin und momentan Schöpfen und Spinsporna zu kämpfen es ist nicht zu haben oder so voll aggressiv attraktiv attraktiv ich bin es wieder und er war das zu die soll keine verdammte Spinnen und Züge befriedigt es ist im Vorfeld gefunden mann angeboten ich bin ich auch nicht du bist ein Gott was wollen wir sie werden von einem Job nicht bis gut aussehen n in den Tagsraum Tja weil da auch mal träumen okay die Spinnen kann ich mir nicht schlagen ist auch zu gut was die Bühne und die Bühne und die Bühne und die Bühne und die Bühne nein 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 die Bühne war noch nicht alles getan die Bühne das war schon schwer abgenutzt wird man die nun wieder sich halt gehört diese kann man nicht mit dem Schwert Spinnendings abbauen äh Fäden, Spinnennetze das ist doch logisch, wie kann man nicht mit dem Schattenblatt überhaupt mal die Spinnendings ab ich habe noch nie so Erfahrung mit Spinnendingsabbau gemacht man in den Schaubsauger aber meistens habe ich gar keine Spinnendingsübernehmen zu machen ich finde, das ist ein Spinnendings wen interessiert das? du offenbar ist alles für uns letzte Folge habe ich gesagt dass du erst fünf Jahre alt sind jetzt sagst du hier das hier im Spinnnetz wohne wo bleibt er die Anonymität? ja, das ist schön was denn? was denn? doch du erterweich dazu gar nicht so wieder runter, er braucht das weiter sie sind wieder zwei Spinnen hier oben glaube ich gehe immer wieder raus und wird gleich mal Tageslicht sehen nicht nicht es ist so hell du bist so ein Schmunk so oh mich würde es mal interessieren wir hatten wir nicht drüber geredet, ob ein Schweinespawner Schweinespawn, wenn man Erde hinmacht ja, was richtig ist, muss Dresden, das spezielle Erde sein, muss dieses komische Gras sein Lola, wo kommt der Grasblock her? Lola, wo kommt der Grasblock her? Lola, wo kommt der Grasblock her? was ist nicht wirklich gemacht, oder? nein wo bist du ganz ehrlich, hab ich ja Angst ach, dahin bist du ah! so was macht mir das komische Geist ich wäre ganz tot gewesen, wenn ich darunter gefallen wäre ja, es geht es ist leider nur ein Krieg, weil ich könnte es riskieren, das mache ich lieber nicht so blöd, doch nicht, meine ich ja, ich bin ja heute auch noch nicht gestorben ja, ich bin ja heute auch noch nicht gestorben äh Alter, oh, ist immer noch eine Spinne Joonimo! Joonimo! hast du das gesehen? leider ein bisschen zu spät, nicht ganz da perfekt das Timing, ich hab nicht gesehen, da war sie schon tot so man kommt sogar von oben, nicht von hinten sonst so, ich hab das jetzt mal ein bisschen ausgebaut, damit wir nicht so ganz sie verreckt gefahren ach so, okay, hier sind wir ja schon quasi am Ausgang, da und war doch irgendwo Brotstein aus nee so ach so, wir kommen von hier ja das ist immer so eine Sache mit Höhen, als jeder kennt das man man geht nicht mehr raus ja, die Höhen sind schnell echt cool dann und die Wendt vor allem auch immer größer und größer und größer und muss man einmal einen finden in seinem ganzen Leben zum Weihnachten, well was hat nicht getan sorry es tut mir leid, brauchen wir Flint ja, der war grad eh ins Gelände, das ist Afrika ich wär 5 erde nein, da steht noch, da steht noch, da steht noch ah, das ist ganz unten, da schlagen wo noch mal Lichter cool wo es Lichter ja die Erleuchtung oh, Joschua kam on ne du ich bin so da jedes Mal am Ende, wenn wir grad aufhören, aufzunehmen, kommt Joschua on egal, dann nehmen wir jetzt noch eine Folge auf, dann ist Joschua morgen dabei das ist immer so das ist immer so da finde ich gleich mal so Richie, ja, okay, du hast gesagt, ich bin der Klüger, ich gebe nach so nein oh, ja, schuhe warte ich mal ganz kurz hier so dafür unterhalte ich euch jetzt ganz toll, weil der nur Richies Kamera sieht so, ich hab ihm geschrieben, hab gefragt ob er jetzt schnell mitmachen will und da bin ich wieder da hat der Tim nach Kohl übersehen, das war ja klar, Tim übersieht alles was geht denn hier? ich hab ein bisschen mit der Kamera rumgespielt, als es kurz weg warst so gut, aber um den Spawner weghauen Joschua kam online Joschua hat uns ins Gespräch Skype hat mir gerade Minecraft geschlossen ich hab auch noch nicht erlebt Joschua ja ja haha ähm, so müsste das später dran für unsere Freunde hallo 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 wir haben schon mal ohne dich aufgenommen, weil wir nicht wussten, ob du noch kommst oh, ich war im Fernsehboden tja, das ist immer gut so, hier die Aufnahmen nähert sich aber auch schon ein bisschen, am Ende, aber so ein bisschen haben wir noch noch ein bisschen sogar drauf ganz bisschen und wenn ich jetzt herausschaleichen wenn ich jetzt hier ganz möglich ist obsidien will enden haben aber das kriegen ja nie alles abgebaut doch vielleicht ein bisschen dumm die ganze Lava mit Wasser wegzumachen er hat mich auch immer so aber um manche nicht mehr so schnell muss ich ganz ehrlich sagen wenn ich auch nicht so schlimm wenn ich mal ehrlich sein und bin ich ehrlich sein so würde ich hier gerne wieder rauskommen und der ist er noch nicht kaputt verlaufen akkord in der Städter Tim blow-up und was soll man beten 5 Euro aber ich habe nur er hat nur meine halbe Lebensleistung zu tun das schätzt nicht los freundt durch den Markt vorher richtig schön gescheunten bisher Wo bist du, Joshua? Keine Ahnung, in irgendeinem Raum und da ist gerade ein Creeper explodiert. Jetzt bin ich hinter dir. Teleportiert. Ich war dann in irgendeinem Erdraum. Keine Ahnung. Du warst ja vorn, hast gerade alles Luftgejagt. Ich würde ganz nett mal rausgehen. Jetzt habe ich die ganze Zeit alles mitgenommen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Du musst einfach potenziell, tendenziell Pilze abbauen. Nein, ich meinte eigentlich raus. Hier, komm mal her, ich kann die Pilze nicht einsammeln. Ich werfe das Flint weg und sammle die Pilze ein. So, hier geht es doch schon raus. Ah. Ich bin eben schon gestorben und hatte fast meine ganzen Experience Points verloren. Oh Mann, ich habe elf von meinen 13 wieder eingesammelt. Elf, wie sollst du elf? Fahrradcreep. Ich habe es nicht drauf in den Führern. Elf zu viel war. Ich gehe einfach mal nach oben. Hier ist irgendwie ein Weg nach oben. Wenn du Lust hast, auf Teleportieren. Ich bin auch oben. Ich bin bei unseren beiden Portalen. Ja, da bin ich auch gerade rausgekommen. Ich bin noch in der Erde. Und ich habe das ganze Wichtige nach hier ausgelagert. Wo ist die Glasscheibe hin? Endermell. Endermell. Wo bist du? Bin bei unserem Schuppen. Tim und ich habe dann nämlich die wichtigen Material, die hier ausgelagert. Alles so wie Diamant und so ein Schrott. Wichtigerheit. So ein Schrott. So ein Schrott mit Südlose sofort flitzen. Es ist kein Schrott, das ist wichtiges Material. Ich weiß nicht, ob ich es rausgehe. Diese ist hier kein Glas mehr drin. Endermell. Endermell. Auch scheinbar sind wir schon viel. 20 Diamanten. Aber ehrlich, ich habe ja alle Seiten gesehen. Ich habe gerade mein Inventarsfolder. Da waren immer Perlen, die habe ich mal dazu getan. So, dann werde ich noch schnell. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns wieder hier für diesen kleinen Teil. Eisen. Wieso machst du das nicht hier drüben, wenn ich fragen darf? Eisen. Schießpulvern, pfeilen. So. Die Leute lachen die mich jetzt aus, wenn ich mir was ganz lustiges sage. Ich habe mich gerade auch oben gegraben. Wenn du unter Meerauskommens lachst du mir aus. Nein, ich habe immer den Daudi ganz voll ganz Sand abgetraben, abgegraben habe, wo auch mein König, der könnte den Haus, der könnte den Haus reinbauen. Da bin ich jetzt in der Ahnung, wo es ist, aber cool ist, wo. Ganz drin. Ganz drin. Ah, ne, ne. Ich glaube sie gerne. So, dann laden wir noch den Cobblestone schnell ab. Dann würde ich sagen, jetzt drüber schon mal wieder dabei ist, bauen wir mal wieder was Schönes. Die Kiste ist voll. Was macht da Holz drin? so ist der Grund muss doch hier die Klinik der Bewerbungen wo kommen sie jetzt wollen der Pilz muss eigentlich in die Essenspläne Joachim Orgel zu trennen mit der Eintrachtung und die Essenskrankung jede die selbst der kleine Jungen Reis krank so gut an in die Hand so wird es weg 8 gut an den Wohnen immer wieder ob man wie auf der Schultern wackelt so cool noch okay es kann zu selten werden schützt